Okay, es kam ein neues Update raus und wir wollen herausfinden, wie das neue Badancing, insbesondere bei den SMGs und auch die Org, wie sich das auswirkt auf darauf, mit welcher Waffe ihr am besten zurechtkommt. Was macht ihr dazu, um das selbst herausfinden zu können? Ihr könnt auch meine Zahlen einfach nehmen, aber ich habe es jetzt mal durch exerziert. Ihr rotzt hier in der Practice Range auf 50 Meter, 10 Extended Max mit jeder Waffe auf dieses Zielkreuz. Also hier habe ich jetzt beispielsweise 18 Schuss getroffen. 39. Und dann schaut ihr, wie viele Schuss trefft ihr mit jeder Waffe. Und dann ist natürlich die interessante Frage, welche Waffe ist die beste Waffe für euch? Ihr könnt daraus quasi die Trefferquote berechnen. Ihr nehmt die Gesamtanzahl der abgefeuerten Schüsse und teilt die durch die Schüsse, die ihr getroffen habt. Dann kriegt ihr eure Trefferquote raus, beziehungsweise andersrum. Ihr nehmt die Schüsse, die ihr getroffen habt und teilt die durch die Gesamtanzahl der abgefeuerten Schüsse. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch so eine Excel-Tabelle basteln. Und ich zeige euch mal diese Excel-Tabelle, die ich gebaut habe. Genau. Und hier sehen wir mal die Excel-Tabelle. So sieht es aktuell aus. Das war die, das war das Update 29.1. Da habe ich den Test gemacht mit ein paar ausgewählten Waffen. Leider habe ich mit der Ork das nicht gemacht. Damals war es so, das ist die Trefferquote. Also das, von dem ich gerade geredet habe. Das ist die gesamte Anzahl der Treffer, die ich gemacht habe mit den jeweiligen Waffen. Und das ist die Anzahl der Schuss, die ich abgefeuert habe. Also Baseline ist quasi die Anzahl der Schuss, die ich abgefeuert habe. Hits ist die Anzahl der getroffenen. Und auf 50 Meter stehend mit Vertical Grip, Holo und Compi. Und dann ergibt sich die Trefferquote. Es gibt auch noch diese Time-to-Kill. Die Time-to-Kill bekommt ihr aus Wacky-Jacky's Tabelle hier. Wacky-Jacky hat immer so eine Tabelle erstellt. Und da steht die Average Time-to-Kill für jede Waffe drin. Allerdings leider Gottes nur fürs Update 29. Nur fürs Update 29, da kann man es nicht sehen. Das ist natürlich ein Problem. Fürs 30er haben wir es noch nicht. Aber, weil in den 30er wurden natürlich auch die Schaden angepasst. Das bedeutet, manche Waffen haben jetzt mehr Schaden. Insbesondere die SMGs. Also ihr nehmt am Ende des Tages Rechenvorschrift. Ihr nehmt die Time-to-Kill, multipliziert die mit der Trefferquote. Und dann bekommt ihr die tatsächliche Time-to-Kill. Also die Time-to-Kill, die die Waffe an sich hat. Wenn ihr 100% treffen würdet, multipliziert ihr mit der Anzahl der Treffer, die ihr tatsächlich machen würdet. Und dann bekommt ihr die Time-to-Kill. Und dann sieht es so aus, dass ich mit der UMP 0,339 Sekunden brauchen würde, um jemanden auf 50 Meter umzuholzen. Mit der P90 0,37 Sekunden. Mit der JS9 0,38. Und dann könnt ihr die ganzen Waffen mal zusammen sortieren letzten Endes. Das sieht dann so aus. Das ist dann der Rang der Waffen. Wohlgemerkt im Update 29.1. Also UMP, P90, JS9, MP5, Bison Vector, Tommy, Scar, Ace, M4, AKM, P9, Barrel, Uzi. Die Uzi ist halt schlecht. Also ich habe ohne Schulterstütze gemacht. Es gibt für die Uzi ne Schulterstütze, habe ich ohne Schulterstütze gemacht. Also ihr seht, es ist ein interessantes Ergebnis. Die UMP ist besser als die P90, weil ich mir die einfach besser treffe. 95 im Vergleich zu 71%. JS9 auch saugut, MP5. Das sind diese Waffen, die einfach saugut treffen. Und deswegen kriegst du damit relativ hohe Zahlen zusammen. Update 30.1. Da hat sich ja einiges geändert. Das wissen wir ja alle. Und zwar wurde da das Handling verändert von den SMGs und der Schaden von den SMGs. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie die Time to Kill ist. Weil in Wacky-Checkys Tabelle hier die Patch-Version 29.1 noch verwendet wurde. Aber ich kann es natürlich ausrechnen. Und zwar ist es so, die Devs haben uns natürlich gesagt, wie viel Schaden die jeweiligen Waffen machen oder wie der Schaden verändert wurde. Bei der MP5 wurde von 33 auf 34 erhöht. Alle SMGs nehmen jetzt 9mm Munition. Das ändert sich aber nichts dadurch am Schaden. Bei der UMP Schaden erhöht von 41 auf 42. Und bei so einem Schaden erhöht von 36 auf 38. Das bedeutet, ihr könnt natürlich sagen, dass sich die Time to Kill entsprechend der Erhöhung des Schadens dann verringert. Weil klar, der Gegner klappt dann früher um, wenn ihr eine Waffe habt mit mehr Schaden. Das bedeutet, ihr rechnet einfach aus, wie der Schaden vorher zu nachher, vor Update zu Nach-Update ist. Beziehungsweise die Time to Kill vor Update zu Nach-Update. Wenn der Schaden erhöht wird, reduziert sich die Time to Kill entsprechend. Und das bedeutet, die Bison Time to Kill müssen wir dann multiplizieren mit 0,94. Die UMP mit 0,97. Und die MP5 mit 0,971. Okay, das machen wir. Was kommt dabei raus? Und natürlich müsst ihr dann mit allen Waffen nochmal 10 Extended Max rausballern. Weil auch das Handling sich natürlich verändert hat. Das bedeutet, das müsst ihr auch berücksichtigen. Das bedeutet, ihr kommt nicht drumherum. Einfach nochmal mit jeder Waffe, die euch interessiert, 1000 Schuss rauszuhauen. Das machen wir auch. Und was kommt dann raus? Das ist quasi jetzt für das Update 30.1 das Ranking der besten Waffen. Für mich. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich ziemlich universal gültig ist. Ihr seht es mal. Ich habe mal verglichen. Schauen wir mal die P90 an. Ich hatte vor dem Update 71,2 und jetzt 73,6% Trefferquote. Also es ist schon relativ konsistent geblieben zwischen den unterschiedlichen Patches. Und ich gehe davon aus. Und auch zwischen den unterschiedlichen Waffen. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr nicht vollständig anders Reflexe habt als ich, ja, dann werdet ihr eine ähnliche Reihenfolge bekommen von den Waffen hier. Weil einfach, es ist klar, dass zum Beispiel, dass zum Beispiel eine AKM einen anderen Rückstoß hat als eine P90 oder eine UMP. Ist irgendwie klar, finde ich. Oder noch eine Barrel einen anderen Rückstoß hat als eine JS9. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Okay, dann ergibt sich für uns eine Rangliste. Witzig ist, dass die UMP immer noch Platz 1 ist. Die UMP ist immer noch Platz 1. Also Vor- und Nach-Update. Die haben bei der UMP halt auch echt nochmal den Schaden angepasst. Also es ist wirklich krass. UMP, Time-to-Kill 33,85 ist noch schneller als im Patch 29.1. Und das, obwohl ich eine minimal niedrigere Trefferquote habe, weil der Schaden einfach höher ist. Dann kommt die P90. Time-to-Kill 0,376 im Vergleich zu 0,364. Ich habe einfach minimal besser getroffen bei den 500 Schuss, die ich rausgehauen habe. Dann kommt die MP5. Das finde ich auch interessant, weil die MP5 ist jetzt eine Waffe, die gibt es in jeder Map. Nice. MP5, 83,5, habe ich 0,37. Vorher war die JS9 die zweitbeste Waffe. Und jetzt kommt der Knaller. Dann kommt die G36. Die G36 ist leider nicht in jeder Karte verfügbar. Ich glaube, die gibt es nur in Weekendie, bin ich sicher. Gibt es sie noch irgendwo? Schreibt es mir in die Kommentare, falls es sie noch irgendwo gibt. Aber die lässt sich ultra gut kontrollieren. Die macht zwar weniger Schaden als die Ork. Aber dadurch, dass man sie viel besser kontrollieren kann, ist sie halt wirklich, ist sie eine wirklich gute Waffe. Ich habe 76,75% Trefferquote im Vergleich zu 70. Und das bedeutet, die G36 ist der Ork vorzuziehen. Crazy. Wusste ich nicht. Dadurch wird sie besser als die JS9. Die Ork ist dann das zweitbeste Sturmgewehr. Also wie sind diese Farben da oben zu verstehen? Türkis ist Assault Rifle. Dieses komische Beige. SMG und LMG ist dann grün. Also dann kommt als erstes die erste Assault Rifle ist die G36. Dann die JS9. Dann die JS9. Wie gesagt, die G36, schnellere Time-to-Killer, 50 Meter als die JS9. Dann die Ork. Dann kommen die Bison. Die Bison war... Es waren vor dem Update waren alle SMGs vorne. Jetzt hat sich das geändert. Dann kommt schon auf Platz 4 kommt die erste Assault Rifle. Ich muss allerdings dazu sagen, die G36 und die Ork habe ich oben leider nicht mit drin gehabt. Die habe ich damals, das habe ich damals nicht untersucht. Leider. Ich wurde mal von Frankfurter Bub darauf hingewiesen, dass da die Ork fehlt. Deswegen habe ich gesagt, okay, das muss ich unbedingt nachholen. Leider kann ich natürlich jetzt nicht zurück aufs Update 29.1. Das bedeutet, wir werden nie erfahren, wie gut ich mit der Ork damals geschossen hätte. Naja. Also G36, Ork, Bison, Vector, Tommy, Scar, QBZ, Ace, MP9. Die MP9 und die Uzi, vergesst die. Die beiden Pistolen, die könnt ihr vergessen. Weil die einfach... Die beiden SMGs. Weil die einfach unglaublich niedrige Trefferquoten haben. Die verziehen wie die Hölle. Ich habe allerdings ohne diese Uzi-Schulterstütze gespielt. Und die Barrel ganz am Schluss, absolutes Schlusslicht. Nicht ganz. Die M249, also die LMG, ist noch schlechter. 38% Trefferquote. Time to kill 0,68 Sekunden. Letzter Platz. Allerdings wohlgemerkt im Stehen geschossen. Ich habe alle Waffen im Stehen geschossen. Das bedeutet, Waffen, die mit zwei Beinen wesentlich präziser sind, das wird dann nicht berücksichtigt, weil im Stehen geschossen. Vielleicht noch ein paar Sätze zu den Randbedingungen. Was habe ich gespielt? Vertical Grip, Holo und Compi bei jeder Waffe. Den Vertical Sensitivity Multiplier hatte ich auf 1,65 stehen. Was meine ich damit? Wir gucken noch mal ganz kurz ins Game rein. Ich mache das noch mal ganz kurz aus. Ihr könnt ja im Game den Vertical Sensitivity Multiplier einstellen. Die General Sensitivity habe ich auf 42, aber ihr könnt es so einstellen, dass die vertikale Sensitivity erhöht wird, sodass ihr den Rückstoß besser ausgleichen könnt. Also ihr müsst die Maus in die vertikale Richtung weniger weit bewegen als in die horizontale Richtung und das habe ich auf 1,35 gestellt. Warum steht es bei mir auf 1,35? Ich wollte einfach wissen, welche Vertical Sensitivity für mich die beste Trefferquote erzeugt. Und wir schauen mal ganz kurz. Ich habe es nämlich auch ausgerechnet. Ich habe denselben Versuch gemacht. Baseline 558 Schuss mit der Barrel ohne Anbauteile. Einfach die Waffe mit dem höchsten Rückstoß, damit ich herausfinden kann, welche Vertical Sensitivity für mich die beste ist. Und ich habe 1,35, 1,45, 1,55, 1,65, 1,75 und 1,85 ausprobiert. Und dann verglichen, wann ich die beste Trefferquote habe. Und ihr seht, umso höher ihr die macht, es fällt ein bisschen nach hinten ab. Also 38, 8, 37, 5, 37, 2, 37, 9, 34, 2 und 36. Das bedeutet, bei 135 hatte ich tatsächlich die beste Trefferquote. Deswegen spiele ich mit Vertical Sensitivity 135. Und genau, das ist der Grund, wie so die 1,35 steht. Also das 1,35-fache von der Horizontalen Sensitivity. Genau, damit bekommt ihr quasi dieses Ranking raus. Auch den Test, macht den gerne mal selbst bei euch. Schaut mal, welche Vertical Sensitivity, welchen Multiplayer ihr da verwendet. Die Maus, Sora V2, ultra leichte Gaming-Maus, super Teil. Stehend auf 50 Meter ohne Schulterstütze. Sensitivity war 42 und Aiming Downside Sensitivity, also im Anschlag, auch 42. Okay, das wäre mal das Ranking im Update 30.1. UMP, P90, MP5, G36, JS9, AUG, Bison, Vector, Tommy, SCAR, QBZ, ACE, MP9, M416, AKM, Uzi Barrel und M249. Das heißt natürlich nicht, dass wenn ihr die M249 nicht im Liegen spielt und mit einem Zweifach- oder Dreifach-Scope, dann könnt ihr mit der ultragenau schießen. Das ist keine Frage, aber dazu müsst ihr liegen. Und im normalen Spiel, also für die Standardsituationen, ist es so, dass ihr im Normalfall irgendwie ums Eck kommt, da steht einer und ihr fangt an drauf zu rotzen. Deswegen im Stehen auf 50 Meter, das kommt einfach häufiger vor als im Liegen auf 150 Meter. Dafür nehmt ihr nun mal, weißt du, sowieso eine DMR oder eine Sniper. Deswegen ist sie 50 Meter stehen, ist eine sehr realistische und sehr häufige Situation. Okay, das wäre die, im Update 30.1 wäre das quasi jetzt die aktuelle Tierlist, das aktuelle Ranking der Waffen. Und das Geile ist, die UMP ist immer noch vor der P90. Was zum Geier. Die P90 ist eine Great-Waffe. Die UMP gibt es standardmäßig, liegt überall rum. Und die MP5K liegt jetzt mittlerweile auch überall rum. Und beide Waffen nehmen 9 Millimeter. Super. Also auf Nahkampf, MP5, wenn eine da liegt, oder eine UMP, dann seid ihr nicht viel schlechter, als wenn ihr eine P90 habt. Bei mir sogar besser. Also die UMP ist bei mir sogar besser. Der Gegner klappt nach 0,3385 Sekunden um, wohingegen mit der P90 erst nach 0,364 Sekunden. Nice to know. Und dann ist natürlich noch die große Frage, die Frage aller Fragen. Endlich will ich es beantworten. Und zwar, welcher Griff ist der Beste? Welcher Griff ist der Beste? Alle sagen nur Vertical Foregrip. Ne, stimmt nicht. Also ich habe es ausprobiert. Ich habe drei Durchläufe geschossen. Baseline, Barrel stehen 50 Meter, Holo und Compi 400 Schuss. Und geguckt, mit welchem Grip, also mit welchem Griff ich die höchste Trefferquote auf 50 Meter bekomme. Alles andere identisch, exakt identisch wie oben, also dieselben Randbedingungen. Und einfach mal gucken, welche Trefferquote. Und ich habe mit dem Vertical Foregrip 216 Schuss getroffen, mit dem Angle 280, mit dem Lightweight Grip 230, mit dem Thumb Grip 206, Half Grip 235 und ohne Griff 187 Schuss. Und das ist die Standardabweichung. Ihr wollt natürlich auch konsistent sein. Es reicht nicht nur, durch Zufall mal gut getroffen zu haben, beim nächsten Mal schießt er dann wieder super schlecht. Also die Standardabweichung sagt jetzt letzten Endes, wie stark die einzelnen Messwerte voneinander abweichen. Wie stark die einzelnen Messwerte voneinander abweichen. Ihr wollt, dass die Standardabweichung so niedrig wie möglich ist. Und ihr wollt, dass die Standardabweichung niedrig ist und die Trefferquote bzw. der Mittelwert hier so hoch wie möglich. Und das ist nur bei diesem Griff der Fall. Und das ist der Half Grip. Also der Half Grip ist der Grip mit der höchsten Trefferquote 235. Barrel stehend 50 Meter Holo, Kombi 400 Schuss auf 50 Meter. Und der niedrigsten Standardabweichung. Wie viele Schuss habe ich gemacht, um das rauszufinden? Das waren insgesamt 30 Magazine mit jedem Griff. Also es war schon viel. Es ist schon relativ viel Statistik da drin. Ich wollte noch weitere Durchläufe machen, habe ich aber noch nicht geschafft. Aber das erste Bild sieht auf jeden Fall so aus, dass der Half Grip wirklich der beste Griff ist, weil er sehr konsistente Ergebnisse erzielt und dabei auch noch die höchsten Trefferquote. Der zweitbeste Griff wäre aus meiner Sicht der leichte Griff oder, und danach kommen der Angled und der Vertical Grip. Aber der leichte Griff und der halbe Half Grip, keine Ahnung wie das auf Deutsch heißt, ich spiele es immer auf Englisch, verzeiht es mir, ist auf jeden Fall für mich der beste Griff. Okay, damit habe ich, glaube ich, jetzt relativ viele Fragen beantwortet. Falls ihr euch die Frage stellt, wann kommt denn für Wacky Jackys Tabelle ein Update raus? Gar nicht mehr. Wacky Jacky wird jetzt nämlich nicht mehr PUBG spielen. Crazy Shit. Hat, glaube ich, gestern ein Tweet abgesetzt, dass Wacky Jacky kein PUBG mehr spielen wird. Ich suche den Tweet mal kurz raus und hole euch den. Also ihr seht es hier, ich bin jetzt nicht eingeloggt, verzeiht mir das. Aber es ist egal, müsst ihr, hier steht es, Wacky Jacky 101, verifizierte Account. I am excited to announce that I have accepted full-time position at Lead Investigation Project Manager Engineering at GE Healthcare. I am officially retiring as a full-time content creator and will continue as a content creator only as a hobby streaming tomorrow. Okay. Er hat also gesagt, er wird jetzt bei GE Healthcare arbeiten und ist kein content creator mehr. Und wann war das? Das war der 19. Das war gestern tatsächlich. Gestern hat Wacky Jacky das geschrieben. Ja, krasses Pferd. Also Wacky Jacky macht keinen Content mehr und deswegen gehe ich auch davon aus, dass dieses Ding hier nicht mehr weiter gepflegt wird. Und dann gab es noch ein weiteres krasses Video vom Average Sniper. Und dann sind wir durch mit den PUBG News für heute. Ein krasses Video vom Average Sniper, wo er wirklich gezeigt hat, wie ein Bot oder wie eine AI PUBG spielt. Also es ist gar kein richtiger Spieler mehr, sondern mehr oder weniger eine AI, die dann den Gegner wegballert. Also es sitzt keiner da und spielt, sondern es ist einfach ein Programm und es macht, holt Chicken Dinner. Und zwar auf dem Level, auf dem Average Sniper spielt, was schon richtig, richtig gut ist. Das ist dieser, das ist dieser, dieser, dieser Bot. Diese AI. Und der schießt einfach nie daneben. Und das Krasse ist, er berechnet, also seht ihr das? Er versucht den Gegner zu avoiden, obwohl der Gegner ihn gar nicht sehen kann, weil eine Mauer dazwischen ist, aber die AI hat einen Wallhack aktiviert und einen Aimbot natürlich. Und ich finde es ultra crazy. Seht ihr das? Der hat ihn, der hat ihn gehittet durch die Wand. Und er macht die, genau diese Vermeidungsbewegungen, er macht genau diese Vermeidungsbewegungen, als könnte der Gegner ihn sehen, obwohl er ihn natürlich nicht sehen kann, weil er hinter der Wand steht. Also es ist fucking crazy. Was ich damit sagen will ist, es wird langsam echt interessant, es wird langsam echt interessant mit so AI-Gecheate. Am Anfang dachte ich, ja, das ist doch wieder alles nur, das ist doch wieder alles nur irgendwie, das ist komisches, es sind doch irgendwelche Verschwörungstheorien. Nope. Es gibt den Scheiß tatsächlich und es ist echt krass. Okay, was haben wir jetzt heute gelernt? Wir haben gelernt, welche die Waffen, welche Waffen nach dem Rebalancing am besten sind, welcher Griff der beste ist, dass Wacky Checky kein Content Creator mehr macht oder nur noch hobbymäßig Content Creator macht für PUBG und dass es irgendwelche komischen AI-Programme gibt, die automatisch chicken dinner holen, ohne dass einer drin hockt und tatsächlich spielt. Das sind alles Dinge, die ich ja, die ich in diesem Video abgegrast habe. Vielleicht hat es euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like und ein Subscribe da. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, ciao und bis dahin.